Mahlzeit, Freunde der leichten Unterhaltung. Wir sind wieder zurück zur Singleplayer-Karriere in F1 2021 und heute unterwegs in Silverstone in Großbritannien. E-E-E-A. Oder so. Eine der Strecken, die ich eigentlich relativ gerne fahre, auf der die KI aber leider übermenschlich stark ist. Steht, es soll regnen. Wann regnet's denn? Vermutlich am Ende von Q3 oder so. Ja. Mit 53%iger Sicherheit. Wow. Wenn, regnet durch wahrscheinlich. 30 Minuten Regen. 60 Minuten. Anni, 45 Minuten Regen. Ja, es regnet das ganze Rennen über. 60 Minuten. Regen. Es regnet das ganze Rennen über. Jippie jay, Schweinebacke. All clear the garage, please. Car ready to leave. Ja. Wir sind, äh, total rettig. Zu lieben. Weil diese Boxengasse ist so schlimm. Die ist so lang. Und so langsam. Der Sprit ist viel zu viel. Was hat sich das denn überlegt? Naja, fürs Q1 wird's gehen. Okay. Sehr schön. Okay. Okay. Und dann geht's aufnehmen. Eind Temple. Phillip. Und dann geht's. End算 uma. ijtys Ja, wir haben immer noch ein paar Komponenten im Auto, die nicht mehr ganz so gut sind. Obwohl ich mir eigentlich sicher bin, das getauscht zu haben. Das können wir ja zwischen den Sessions noch erledigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Aufschneidung des ZDF, 2020 Das schiebe ich jetzt auf den Gasli. Kein Untersteuer, überhaupt nicht. So gemein. Ich schon. 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 Ich. 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 We have two laps of fuel remaining. Ja, ist okay, Jeff. Komm ich nicht mehr in meine eigene Zeit rum? Was ist denn da los? Ja, ist okay. 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 Und immerhin noch 13. geworden. Der Wahnsinn. Im Q2 spare ich mir dann das Fahren. Glaub ich. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ja. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ja. Ja, ist okay. kein guter tag heute da draußen sprechen wir darüber was passiert ist nicht an der spitze beginnen ist das grund zur sorge sollten probleme man das beste los was denken sie über die leistung dieses teams in dieser saison ferrari ja die fahrer sind klasse danke für den kommentar auto ist auf dem müll und rot angemalt aber die fahrer machen das schon finde ich ja kommt hast nicht okay tuff luck there it's not quite where we would want to be on the grid but chin up it's not the end of the world so dann regen blablabla auf geht's heiko bitte du bist dran großbritannien ist eines der zwei länder in denen in jedem jahr der formel 1 weltmeisterschaft ein grand prix abgehalten wurde und heute wird dieser rekord weiter ausgebaut der silverstone circuit ist 5,79 kilometer lang und besitzt 18 kurven und leider auch eine sehr hohe regenwahrscheinlichkeit unter diesen bedingungen brauchen die fahrer eigentlich gar nicht erst auf drs einsätze zu hoffen aber die wellington und hunger strait sind dennoch gute gelegenheiten und der windschatten des vordermanns könnte helfen um hier zu überholen heute wird es für die fahrer nicht ganz reibungslos ablaufen doch wenn ich mir das wetter so ansehe dann könnte wie geschmiert ganz gut hinkommen stefan römer schön dass du wieder dabei bist was denkst du es ist doch etwas feucht meinst du nicht als fahrer gibt es drei dinge um die man sich bei solchen bedingungen sorgen macht pfützen auf der strecke reifentemperatur und sichtverhältnisse es ist schwierig die distanz zu anderen autos einzuschätzen wenn man durch das spritzwasser der pirelli regenreifen fährt gehen wir die startaufstellung der fahrer für das aufregende rennen von heute durch lennon orris startet von der pole position und louis hamilton macht die erste reihe komplett die restliche startaufstellung sieht aus wie folgt ricardo verstappen valtteri bottas und leclerc vettel seins gasli und fernando alonso zunoda reikönen antonio giovinazzi und mick schumacher matzepin russell nikola latifi und lance straw okon er hat eine grit strafe erhalten und o'neal gleich werden die fünf roten lichter erlöschen und wir sind gespannt wer heute hier triumphieren wir ok das ist die teams home race we're all relying on you to impress today alles klar versuchen ja so so ein bisschen so den sprit und dann versuchen wir mal wird interessant mit trockenreifen auf regenbedingungen zu sein okay Die eine Rückblende erlaube ich mir, ich habe sowieso pro Rennwochenende nur 6. Und ne Eier, die meisten balle ich im Training raus. Ui, Jesus, wutschig. Und ne Eier, die meisten ballen, die meisten ballen, die meisten ballen, die meisten ballen. Ui, 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 Ui. Ui, 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 Ui. Ui, Ui, Ui. Okay, B. Die DRS wird in diesem Lapp geöffnet werden. Du kannst es benutzen, wenn in einen Sekunden von der Fahrstelle und in der DRS-Zone. Was ein ekelhaftes Wetter. Können wir mal langsam auf die Inters wechseln, bitte? Aber alle gemeinsam, als Kollektiv vielleicht. Die DRS wird in diesem Lapp geöffnet werden. 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 Dann würde ich die drei Zettel mal nach vorne aufholen, dann wäre es ja schön. Kuh hier aber gerade nicht. 's 1984 wer wird in diesem Lapp geöffnet werden. Die DRS wird in diesem Lapp geöffnet werden, nur 20 Minuten pro K detonieren. Oh, das war... Dezent verbremst. Wurde man das glaube ich nennen. Wurde man das glaube ich. 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 ist die letzte zeit zu wechseln langsam ziemlich komplett verarschen ja möchte ich wenn du mir schon die wahl lässt ich bin aber will kaum lange spülen ja 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 die sich verräuschen wollen. Medium, Medium, ich sehe jetzt viel Medium. Ich bin nicht sicher, ob das so schlau ist, was die Kaide macht. Aber lieber die alte Boxen ausfahrt, als die Mauer. So, hier geht euch jetzt auch alles schön drauf, Medium zu holen. So, hier geht euch jetzt auch alles schön drauf, Medium zu holen. Oder halt Inters, dann mal selber, dass ich das auch tun sollte. Medium. Ich hätte am liebsten Inters, aber... Ich glaube, damit könnte ich mir ins eigene Knie schießen. Egal, bis 60% kann ich sie fahren. Und jetzt? Ich glaube, das ist die beste Knie. Und jetzt? 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 Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Understood, stopping this lab Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ich dem Jungen schon Platz lasse, ne, dann sollte es den Platz doch auch einfach den Platz genießen, den ich ihm gelassen habe. Anstatt zu denken, nö, 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 den fahr ich jetzt einfach mal so ins Auto. Weil das geht ja auch. Woops. Oh Mann. Alter, ich bin falsch mit dir. Oh Kopf. Oh, wie hat sie dir was kaputt gemacht? Es ist auch aus. So. Okay, clear. Gap to teammate ahead is 26.0 seconds. The car behind is catching you at a rate of about two seconds a lap. The car behind is 28.0 seconds. Or that it turned out. Let's say that. So. The car behind is 4.4 seconds. The car behind is 28.0 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 seconds. den ursprünglichen Kontrollverlust an Rheingrün war ich selber schon aber dass Ocon mich dann noch gedreht hat da war ich nicht mehr drüber schon Ok, Gap Ahead ist 1.6 Sekunden Ok, Gap Ahead Ok, Gap Ahead Oh, ich hab noch ne ganze Runde Hätte gar nicht jetzt sein müssen, Estermann Schade Ich weiß, Gap Ahead Wir haben fünf Lapps Das ist noch nicht so, was ich noch nicht so, was ich noch nicht so. Und wie die alte Boxen aus Schack genommen. Ist ja immer nur besser, als in die Wand abzufliegen. Alles ist besser, als in die Wand abzufliegen. Das ist Ende der Runde. Wir sehen uns im Park Firmay. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Sieger-Aero mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Splunk Sehen wir uns nun die Fahrer-Rangliste an. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute O'Neill. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Und damit geht ein weiteres Formel 1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, ihr bitte auch, ne? Alle mit am Start sein. Sonst, äh... Könnt ihr das nicht genießen und sehen, wie leicht das aussieht? Ähm... Ja... Das Wetter mag trüb sein, aber meine Laune nicht. Doch, schon. Ein Podiumsplatz für ihren Teamkollegen. Werden sie heute Abend zusammen feiern? Ja, 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 ja. Ja, aber die Eroabteilung ist auch mit dabei. Der Teamkollege hat heute eine starke Leistung gezeigt. Haben Sie einen Kommentar dazu? Ah... Nur, dass es eine hervorragende Leistung war. Klasse, das war dann alles. Ja, ja, ja. Hat der Landloh ein bisschen aufgeholt. Nächster Rennen mache ich den Sack zu. So, dann gucken wir mal, was wir so technisch noch machen können. Das ist Gewicht, ne? Genau. Gewicht, Gas, Gewichtsumverteilung und das wäre... Achso, dafür brauchen wir den Schleifblock. Ja, versuchen wir mal noch vorher fertig zu bringen. Haben wir hier irgendwas... Da ist wieder irgendwas schief gegangen, sag ich so. Oh Gott, der Spastard neu anzustoßen. 780. Aber es wird auch noch vorher fertig. Waren wir noch irgendwas für 200? Nix mehr, ne? Ne. Dann gucken wir mal. Ja. Heute sollten eigentlich die neuen Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Ja. Wir müssen dem Team über den F&E Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Machen sie schon. Hier mal ein bisschen was zu erneuern wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt. Ich empfehle nämlich noch ein paar Teile zur Freischaltung. Mhm. Als nächstes kommt dann ungern. Und ja. Bis dahin wünsche ich euch dann jetzt noch eine schöne Zeit, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.